Um in DaVinci Resolve Audio zu importieren, suchst du dir ganz einfach die Audio in dem Ordner, wo du die Audio gespeichert hast und ziehst diese Audio von da direkt unter deinem Video hinzu und kannst dann hier mit diesem kleinen Dropdown-Menü regeln, wie laut die Audio ist. Dazu musst du natürlich auch deine Audio auswählen und dann auswählen, wie laut deine Audio sein soll. Alternativ kannst du natürlich das gleiche in der Edit-Page tun, indem du ganz einfach hier deine Audio reinziehst. Unter dieses Video erzeugt das automatisch eine weitere Audiospur und dann hast du hier im Inspektor die Möglichkeit, deine Audio laut und leise zu drehen. Normalerweise ist für Hintergrund-Audio minus 25 dB ein guter Wert. Und wenn du zum Beispiel wissen willst, wie du Text einfügen kannst, dann schau dir mal dieses Video an. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao! Ciao!